so es geht ab wir sind jetzt gerade auf dem weg zum ersten hinweis grünen drecksbaum verpiss dich, mach dich ab alter, Junge ich fahr wie Sau aber immer noch besser als Luffy ey was laberst du denn da das ist Tatsache, das ist Fakt ey, der Wunschbrunn ist da oben wo die Mutter ist, gell da kannst du nicht berg hoch fahren du musst die Straße unten fahren kommst du gleich ich merke, oder? nein, du musst die Straße fahren du musst die Straße fahren nur auf die Karte läufst jetzt oder ich fahr wieder zurück oder ich fahr wieder zurück was sagen wir dann sag mir mal die Straße, wo ich langfahrend guacken muss markier dir das ich sag's ja einfach fahrst einfach dann hier runter wo der Wegpunkt ist von mir sag mal an schon gemacht ja, du musst mir ansagen ja, jetzt fahrst du einfach zum Wegpunkt und dann links markierst du immer auf der Karte wie so ein Navi warte, ich duck mich aber lieber rein nicht, dass ich dann wieder irgendwie sterbe das wäre nicht so geil, ne alter, Wasser, klitschig ja, Aquaplaning kann gefährlich werden weg weg mach elektrisch oder was dann? genau was los, weg jetzt folgst du der Straße einfach jetzt folgst du der Straße einfach und dann komm ich da oben hin oder was? ja da fährst du halt die nächste die nächste fährst du halt links aber das dauert noch bis wir da sind sag ich dir dann schon hm? mein Turbo ist im Arschloch ja mach doch ein neues oder soll ich eins machen? ne, ich muss schon jetzt dann die nächste links nach oben jawoll also ohne Turbo ne, ist das nicht so viel mach doch erstmal einen neuen Turbo noch Zeit ganz ehrlich teils uns dann die Selbstmörder vom Leib reparieren, geht nix mehr muss ich herstellen so aaaaaaah hey dicker hoch komm ran ich geh gar so durch ich geh gar so durch ja aber sonst hätten dich die Selbstmörder jetzt schon gekillt kamen nämlich zwei Stück jetzt müssen wir wieder laufen sagst du zur Sonne zur Sonne nein, 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 nein nein, Kyle, nein aus du tot, komplett Flo hier soll ein Wunschbrunnen sein hier soll ein Wunschbrunnen sein wo ich spawn ich natürlich hier na toll, da komm ich da jetzt auch wieder boah, jetzt muss ich wieder wieder rein laufen dann hast du eine Wunschbrunnen noch nicht gefunden ah, hier oben ist er was da drin? ja, warte mal ich muss erstmal über das Gebäude kommen das ist aber gerade gar nicht so einfach warum nicht? ne nein 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 boah, hab ich ein Glück gehabt boah ich wär fast hier in die Tiefe gestürzt ich schwör es dir bin ich gerade ja oh, schon wieder ich will doch nicht hier hin ey, jetzt musst du den Weg wieder laufen wie komm ich denn da rein hier? ich will doch nur in diesem scheiß Garten hinter Tag hier zusammen he cup Up hab ich mit zu gut aber mit Wie bist du dahinter gekommen? Oder läufst du grad noch hoch? Ja, läufst noch hoch. Was willst du von mir? Ich dachte, du hörst mich dahinten. Wo ist hinten? Ja, hinten in dem Garten. Oder keine Ahnung was, wo die Mutter ist. Nee. Du kommst da irgendwie auch nicht mit dem Hinterhaken hoch. Außenrum versucht. Nee, ne? Fehlanzeige, oder? Nein, Kyle! Kyle, was machst du denn? Deswegen bin ich nicht außenrum, weil mir das eben schon passiert ist. Kommst du, helfst du mir? Ja! Ja, nee. Was denn jetzt? Nee! Ey, warum denn? Dann müssen wir beide wieder hochlaufen. Ich hätte dir wieder geholfen. Bist du sicher? Ja. Okay, tut mir leid. Jetzt muss ich da wieder hinlaufen. Junge! Zum dritten Mal. Ja. Geil. Irgendwo ist wieder ein TIE-Paket. Ich hole mir das. Ne? Ja, da hinten. Du fährst einfach die Straße runter mit Gas und folgst dem Straßenverlauf. Keine Abkürzungen. Außer eine. Geil. Ja. Hier ist auch ein Ranner. Hier gibt's wieder ein Leberwurst. Ja, Bitch. Bleib mal hier, Junge. Bleib mal ganz schmeidig. Diese Dings ist so geil, Junge. Ne Flüchte, Leber. Leber, Leber. Aha. Hm. Warte mal. Hast du jetzt Weg gefunden? Ne, aber ich hab hier irgendwas, was... Warte mal. Müssen wir das mal oben angucken. Nein. Ich hab hier was. Ich hab hier was. Ich hab hier was. Nein. Ich hab hier was. Wir sind nicht mehr. Was ist das? Was ist das? Ich hab hier was. Was ist das? So, hast du jetzt was oder nicht? es ist alles ein bisschen rätselhaft es ist ein bisschen rätselhaft ist ein sehr ja du kommst nicht durch die türen rein kannst du nicht außenrum aber der kreis ist ja jetzt sozusagen genau so dass auf der ebene bist oder was der ist auf der ebene wo man quasi vorhin ein trance versetzt worden ist nur um dahin zu kommen zu dem brunnen weiß was ich glaube wir müssen hier runter probier es aus ich bin hier unten lang laufen ja weil diesen so stein und felsen wo du so lang laufen kannst mit erstens für stückchen für stückchen runter ich glaube dass du hier entlang muss aber ich verleihen ich springe einfach runter was los mit dir das wasser oder was ja ja weil es mir schon aufgefallen wo ich hier lang bin weil diese deine 1000 stürze haben also geholfen so nur wo ist die frage wo suchen wir was unten wahrscheinlich am boden oder wir müssen wieder hoch anscheinend gibt es warte 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 ja ja stimmt was denn jetzt wo muss ein brunnen hin damit wasser hochkommt in die erde heißt irgendwo hier gibt es wahrscheinlich einen weg in den brunnen hinein wer für mich das logisch aber was warum sagte warum brunnen warum das nicht unten unten ist ein eine kiste ein schloss ja ja tatsachen das hier war der wunschbrunnen digger und irgendwas hat er mir angezeigt von wegen der wer unten obwohl ich auf der ebene oben meinte der so ja bla 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 da war diese knarre drinnen eine knarre von ihm wer gesucht hat oder was ne die er versteckt hat herr bist du jetzt wieder hoch spring aus dem wasser und ziel auf dem stein der wunsch Mensch. Ach du Scheiße, Jungen, ob wir hier wieder rauskommen. Boah, ne. Boah, ne. Leg ich wieder im Wasser. Geil. Geil, ich komm jetzt wieder hoch von ganz unten. Ha. Ja, ohne Witz, gut, dass wir den haben, sonst wären wir am Arsch. Ohne Spaß, Jammer. Loll, du bist einfach schneller als ich oben, weißt du das? Ja, ich bin ja auf Stufe 25 mittlerweile. Ohne, was hat das denn? Ich hab noch weitere Distanz mit meinem Wurfhaken. Ja, stimmt. Loll, was macht der? Was, 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 was? Was hast du denn jetzt, Jammer? Ich hab vergessen, dass wir den Wurfhaken sich wieder aufladen muss. Au. Ja, wink doch nicht als es da, Mann. Ich bin doch schon da. Winkt der da als wer? Ja. Ähm. Quest. Welche machen wir jetzt? Der Blick aufs Meer. Gehen wir mal rein. Ja. Oh, bis aufs andere Gesicht, Ende der Web. Ne, wieder bis zur Stadt hinter. Den Weg findest du schon, oder? Ich mach den Wegpunkt, wo du parkst. Ja. Also hier. Da stehen sie geparkt haben, oder was? Ja. Ja. Moment. Warte mal. Warten aber. Ja. Ja. Hey! Okay. Das ist ein Weg. Duší sich da jetzt als ab oder was hast du? Ja, es gibt 50 Punkte, wenn ich die treffe für Wendigkeit. 50 Punkte sind 50 Punkte. Wenn du sie traust, ne? Die habe ich wieder getroffen. Die auch. Ach du scheiße, Aqua Planning, Jungen. Digga, was ist los mit dir? Abgeben, Päckchen. Päckchen, Koks, Heroin, Koks und Nutten. Auf jeden Fall. Sag mal, was hat denn der Händler für mich? Ich würde sagen, die Suchle ist jetzt wieder. Ich? In meinem Auto oder was? Warte, ich muss erstmal holen. Steht doch da. Jetzt steht es da, ja. Ich stehe doch, die kann Zeit da. Und? Hast du dich entschieden? Ich habe mich entschieden. Verkaufen, 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 verkaufen. Das verkaufen, ja. Ja. Da muss ich mal meine Karre. Jetzt werden wir mal die Lackierung angucken, die wir bekommen haben. Blue Gentleman. Naja. Kann man so lassen. Oder? Kann man schon lassen. Warum habe ich jetzt nochmal so Rüstungsdinger? Wie Rüstungsdinger? Anderen Reifen. Siehst du das? Was willst du denn vorziehen? Geh mal weg von meiner Karre. Doch geil. Ja, warum habe ich die aber da? Wahrscheinlich zur Lackierung oder so. Ja. Kann gleich dazu. Oh nice. Dann lass ich dich schon mal dran, oder? Ah doch. Benzin benötigt. Ach, ich habe kein Benzin mehr oder was ist das? Ja, das ist doch kein Problem. Gib Gas. Ja. Witzig. Jetzt lass ich erstmal wegkommen von dem. Wichser. Warte, gib mir mal Deckung. Ich will kurz nochmal. Ich bin auch bald Level 25. Ohne letztes. Ich habe einen Katana. Es lässt sich 5 mal reparieren und es macht jetzt ohne Upgrades Grundschaden von 1500. Wenn ich jetzt noch die richtigen Upgrades hätte. Gute Nacht. Geh jetzt nämlich erstmal mein anderes Schwert hier. Aber ordentlich bitte. Ja. 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 Ja, genau. Wenn die wegfliegen ist... NORMAL! Wollen raven da? Alter, der ist ja schon da... Ich krieg alles schon an von das. Wer sucht noch das hier zu weise? Geh weg von mir! Was haben wir jetzt noch alle Zombies machen oder was? So. Wir kriegen jetzt noch unsere Belohnung hier. Wir wollen alle Zombies machen, glaub ich, ne? Und Countdown. Ziel da, dann ziel da, dann. Heppi lebt ja aber Happy. Weg du fauligest Stück Dreck! das ist doch gut jetzt wir haben es gut nämlich kreisliche monster hätte die ganze fahrung dem erdboden gleich machen können kreuzer da ich brauche nicht mehr viel wenn ich auch endlich stufe links Junge. Ja, dann lieber fahren. Zack, da war er fott. Hm. Wir sind ja noch nie gewesen, oder? Kann das sein? Nö, meinen wir auch noch nicht. Ich glaube, wir müssen hier... raus. Wow! Ja, da kannst du richtig fliegen. Hier ist die Höhle. Echt? Ich hab's gefunden. So, noch was sollen wir suchen? Alter! Alter hat mir mein Dings nochmal das Arschloch gerettet. Ähm... Wahrscheinlich wieder hier irgendwo unter Wasser irgendwas. Nee, ich bleib hier jetzt weiter. Echt? Ja. Hier ist ne Kiste, hier ist die Kiste. Okay. War ein bisschen gesichert. Hä? Hier ist ein Revolver. Oh, der sieht aber nice aus. Wer ist denn der? Alter, hier sind überall Sprengfallen, gell? Digga, wie bist denn du da hingekommen? Klettern, Digga, klettern. Ach, da hinten! Komm wieder raus. Wo waren die Kiste? Oben jetzt. Da sind, da sind Sprengfallen. Wurscht. Scheiß drauf, nicht, dass du drauf gehst. Nee, wo ist denn jetzt die Kiste? Die ist da irgendwo. Ach, da. Ach, nur einer kann, kann das nehmen. Echt jetzt? Echt? Ja. Echt jetzt, ich hab's nicht gedacht. Boah, ich hab auch noch ne Knarre. Das ist fast wie ein Far Cry 3, wo du diese Teile finden musst, um den Dolch zu... Hä, wie komm ich hier wieder raus, alter Digga? Ich hab's. Wo bist du denn jetzt hingegangen? Ja, wie bist du hier hochgekommen? Kanten suchen. Du bist lustig, weißt du? Ah, ist trotzdem noch nicht der Ausgang. Ah, ist trotzdem noch nicht der Ausgang. Du mit der Kante... Du mit der Kante... Ich komm hier nicht raus. Jetzt bleib doch mal über Wasser. Sag mal... Da ist diese Höhle. Das ist so... Aha! Ich finde ich. Ja, ist es auch. Ich komm hier nicht raus, Junge. Wenn ich hier oben bin... Gehst du jetzt wo an der Kante? Nein, ich weiß nicht. Warte, guck mal. Welche Kante hast du denn genommen? Hier. Wo ich stehe. Guck mal. Du musst weiter nach hinten. Nein, du musst weiter nach hinten im Wasser. Sonst kommst du hier nicht hoch. Bestens von da hinten aus. Weiter. Ja, als ob ich da hinkomme. Ja, und jetzt... Ja, genau. Wunderbar. Und jetzt hier hoch. Wo? Hier. Und dann hier. Ohne den kommst du noch nirgendswohin, oder? Ohne den Wolfgang. Nee. Aua. Warte. Warte kurz. Genau. Digga, hau ab. Ich hab das noch nicht so ganz genau raus. Mit diesen... Wurfdinger. Scheiße, da. Aber der Revolver sah schon geil aus. So goldene Patronen umhüllt. Natürlich. Da. Okay. Next. Please. Was haben wir jetzt? Suchen Sie in der Höhle nach dem... Suchen Sie nach der Höhle unten dem toten Baum. Aber Leute, das sehen wir in der nächsten Folge. Dankeschön, bis zum Clubschen. Wir sehen uns im nächsten Podcast. Jo. Hoze König auf den Keks. Und dann schießen Sie doch mal ab. Also, bis dann. Euer Torino. Euer Torino.